Frau Holler, die Gewerkschaft Verdi bietet eine Weiterbildungsberatung an. Worum handelt es sich genau bei diesem Angebot? Ich glaube, da muss ich gleich mal ein bisschen korrigieren, weil das ist gar nicht Verdi, das es anbietet, sondern das ist das Verdi-Forum Nord. Wir bieten Seminare an für Personal- und Betriebsräte. Das ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Also wenn man hört Verdi, denkt man ja, das ist nur für Verdi-Mitglieder. Also hier können sich alle, die auch nicht Mitglied sind, können sich bei uns an uns wenden. Sie sagen, alle können sich an Sie wenden. An wen genau richtet sich dieses Angebot? Ja, genau. Männer und Frauen, Beschäftigte, auch Arbeitslose, die oft zur Arbeitsagentur gehen, die dürfen sich auch an uns wenden, die eine Weiterbildung suchen, die sich umorientieren möchten. Was sind die Schwerpunkte, die Inhalte der Beratung? Weiterbildungsmöglichkeiten. Was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten für mich? Bildungsurlaub ist eine Fragestellung und dann auch Förderung. Und Förderung von Weiterbildung ist ganz, ganz wichtig. Es gibt auch Förderprogramme außerhalb der Arbeitsagentur und die sind nicht so bekannt. Können Sie uns die verraten, die nicht so bekannt sind? Ja, zum Beispiel der Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein. Ganz attraktiv. Gibt es schon seit mehreren Jahren, ist aber trotzdem nicht bekannt. Trotzdem sind die Bedingungen immer unterschiedlich. Momentan ist es so, dass 40 Prozent gibt das Land Schleswig-Holstein dazu. Wenn der Arbeitgeber 60 Prozent bezahlt. Ist übrigens auch ein Angebot für Selbstständige. Was muss man, was muss Frau machen, um an der Beratung teilnehmen zu können? Mich anrufen zum Beispiel. Man kann mir eine Mail schicken. Persönlich vorbeikommen ist ein bisschen schwierig. Besser ist, man ruft mich vorher an. E-Mail schicken. Kommen Kosten auf einen zu, wenn man an dieser Beratung teilnimmt? Nein, nein. Das ist kostenfrei. Es ist eine neutrale Beratung. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Das Projekt wird ja vom Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein gefördert und deshalb gibt es keine Kosten. Bis wann läuft dieses Angebot noch? Ja, bis Ende 2024 und wir hoffen dann, dass es auch weiter gefördert wird. Das Projekt wird ja vom Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein gefördert.